Ich bin seit 2016 jetzt ein Unternehmen. Da war alles noch ein kleiner, kompakter. Da waren wir im Werk 2. 20 Leute zusammen, ca. 50. Ich war im Weg in meine alte Firma und dann waren im Werk 2. Da haben sie einen Kunststofftechniker gesucht. Da haben wir jetzt da. Ein Kollege für mich war schon da und mal zusammen geredet und es hat gut gepasst. Ich wollte eigentlich immer schön was Handtötiges machen mit meinen Händen. Ich wollte nie in einem Büro sitzen. Bei der immer schönen Werkzeugwartung, das ist eigentlich wie Lego-Technik für Erwachsene, kann man sich vorstellen. Und jetzt sind wir oben, seit drei Jahren hier in der neuen Halle. Einfach festgearbeitet. Dann versteht es euch, ich habe, noch ein paar Jahre lang mit meinem Händen. dec Deck du und du Untertitelung des ZDF, 2020